Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist nicht nötig, ich habe da schon was anderes im Kopf Wo ist das Geld? Bis später Bis später Die Kunst eines guten Überfalls ist es von der eigenen Tat abzulenken Um sich genügend Zeit für die Flucht zu verschaffen Natürlich muss man sich die möglichen Täter vorher gut aussuchen Und dabei gilt es einfach nur die elementarste Schwäche des Menschen auszunutzen Die Gier nach Geld Man muss den Ermittlern nur Täter liefern In diesem Fall haben wir sogar mehr als geplant Und dabei sollte man kein Detail vergessen Ich denke mal, das ist uns gelungen Wenn du hier im Laden bleiben willst, dann lass meine Kundschaft in Ruhe Alter, wenn ich hier nicht wäre und immer deine Kundschaft anlocken würde Dann könnte dein Alter den Laden schon längst dicht machen Ach, lau doch kein Scheiß hier Natürlich Hätt echt Bock, mal im Dönerladen zu arbeiten Ich meine, was ist da dabei? Meinst du das ernst? Ja, warum nicht? Schön Döner machen Ich meine, ich gucke dir seit Jahren zu, wie du dir die Döner machst Meinst du, das kann ich nicht, oder was? Ich kann dir sagen, ist nicht gerade leicht Wirklich jetzt Döner machen, nicht leicht Hey, wenn jeder Arbeitsloser hier vorbeikommt Und du schenkst ihm deinen Laden Dann kannst du gleich zumachen Gregor, trinkst du mich aufs Haus? Zahlst du hier? Ja, sind wir Freunde, oder was? Er ist auch mein Freund Sind wir Brüder, oder was? Ja, sind wir Na also Fahre ich doch Ich habe das mit deinen Beinen gesehen, Ardenberg Sieht schlimm aus Ich glaube, es ist gebrochen Geh, hol einen Sunny Hier kommt kein Sunny durch Überall Sperrfeuer Ja, du hast die Scheiße doch gesehen, Mann Wir müssen jetzt an den Schatz denken Los, gib mir den Schlüssel Welchen Schlüssel? Meinen Schlüssel Nee, und nimm mal bekommst du meinen Schlüssel Ich meins ernst Los, gib mir den Schlüssel Ich muss verhindern, dass der Schatz in falsche Hände gerät Du verreckst hier, Mann Du Idiot Geh jetzt und hol den Sunny Geh jetzt und Lass Untertitelung des ZDF, 2020